etwas ja so können wir weiter ja ich brauche im moment keine leute nein ich habe schon zwei so spiel naja das kriegt man immer mit fleisch gelobt ich meine, Chiro wo bist du? ich bin hier vorne was machst du dich hinten was ist denn da hinten Wüste Wasser welchen Berg da hinten aus den Bäumen wir laufen mal hier rüber aber ich würde sagen nicht weiter in die Wüste rein eher so am Rand hier vorbei irgendwo da wo ich eben war in die Richtung laufen wir gerade da war mehr Land mit Kühen drücken wir aus ja wunderbar wo kommt es? wo wo? pass auf, pass auf, pass auf da kommen die oh, die hört man oh ich habe Zombie mit Hühnchen ein Hühnchen schönes Huhn ich habe ja Zombie gehört deswegen dachte ich hat Zombie Wunderbar ja Hühne na, noch ein Hühnchen Okay. Wo seid ihr? Da ist ein Zombie. Wohin? Ich hab mein Kohle gesehen, musst du da abbauen. Ich hol doch grad hier noch die Kohle. Ich schau, hier abzubauen. Diese Zombies, warum? Ist doch hell. Ja, aber die sind ja in den Höhlen drin. Da ist ja dunkel. Ich schaue das bei mir ganz laut. Wohin? Wohin? Ja, wenn ich die Kohle abgebaut hab, dann könntest du mal kurz kapatieren. Ich mache auch Kohle ab, aber du brauchst auch. Und wir brauchen, oder ich? Nein. Nein. Jetzt reichen voll. Oh, da ist eine große Kohle-Ada hier. Kohle ist Kohle. Da, Kohle. Nicht Kohle. Ich weiß. Ich will nicht. Na, aber wir werden ja später erkunden, ne? Ich gehe ja erstmal weiter. Ja. Alehm. Moment, ich muss jetzt abahnen. Kohle. Nein, komme nicht. Wer ist denn da oben auf dem Berg? Nein, 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 nein. Bäh! Ich bin jetzt einmal fast über den Berg und da sieht es gut aus. Boah, ich schaue die ganze Zeit mit so einem rohen Hühnchen auf das Eisen rum, hat mich gemerkt, dass ich... Ich denke, warum da halt das so langt? Hast du jetzt Hühnerfrikassee? Ja, das hat irgendwie... Was heißt denn? Ich bin gerade hier nur kurz in der Höhle dran, für das Eisen abzubauen. Ich bin wo im Himmel der Erde. Stich in der Erde. Ja, da bin ich vorbei. Ich bin über den Berg und ganz viele Schafe. Wir können uns Betten bauen. Und Wasser. Oh, die Schafe auf jeden Fall. Die sind... Ja, es sind mindestens, äh... Zehn Stück. Also wir brauchen... Ich seh da niemanden, ich seh da niemanden, eine Schrift. Oh, hier. Ah, Johann, ja, Gio. So, nur gucken, wo Bella hin ist. Keine Ahnung, ich hab... Ich mach ein Blättchen. Ich laufe immer auf den Berg. Ich laufe immer auf den anderen Berg, wo Wasser ist. Das sind ganz viele Schafe. Das sind echt viele Schafe. Oh! Ich laufe, ich laufe immer auf den Berg. Hmm! Das sind super, super viele Schafe. Ah, dann hätten die... Oh, da ist die! Ich seh die nur schlüpfen, Bella. bei mir lädt er gerade extrem langsam wenn ich komme aber mal so ich habe ein Stück gesehen von jemandem aber von dem keine Ahnung und wo jetzt weiß ich auch nicht da hätten es Tropen boah geil aber ich finde es auch gar nicht mal so schlecht hier ich auch nicht wenn der mal bei mir ein bisschen nass Steine, Kies und alles möglich ich glaube ich lass mich hier nieder ich auch weil ich habe eigentlich schönen Weidenland ganz groß oder relativ hoch und es ist ein Wäldergebnis hochstehen die aber kein Essen hier ich habe 17 Prozent Höhner getötet Mauer ich habe ein bisschen nur auf dem Weg hochgekehrt Wartermann nicht nachher und wie die Reine gekommen ist hat keiner Oh, und Kür. Also, ich glaube, ich lasse mich jetzt hier nieder. Wenn ich wüsste, wo ihr seid. Ja, dann muss ich wieder ein Stück zurück. Habt ihr eigentlich auch Wohlwolle? Für Bettchen? Ja, ich hab gar nichts. Die sägen Kür. Die sägen euch nicht. Oh, sie geht fertig. Ich höre nur ein Schaf. Das sind meine. Hühne. Ja, aber sonst nichts. Wir sehen nichts. Ich lasse mich jetzt hier nieder. Also, ich bleibe hier erstmal. Ich weiß nicht, wo du bist. Etwas zurück wieder. Dann schau zurück. Ich find's hier schön. Hier, wo ich jetzt gerade weiß, überall etwas. Da sind noch ein paar Hühner, die da rumrennen. Und ich hab halt... Wenn ich wüsste, wo du bist. Ich sehe einen Stift. Ich sehe einen Mücken laufen. Ein B-Lang. Ja gut, wir haben uns jetzt gefunden. Wo ist Giovanni? Du musst uns woher dahin. Da, da ist er. Da. Wüsst du nicht? Da, ich sehe ich. Oh, ich muss unbedingt was essen. Also, ich mach mir jetzt erstmal... Ähm... Ähm... Zombies? Hier, da hinten in die Berge rein. Da setz ich mich scheinbar. Guck mal, wie groß hier das Weideland ist. Was gibt's hier zu weiden? Und zu weiden. Da kann man richtig schön was machen. Und da hinten, find ich's... Hier ist noch ein Huhn, ne? Also, hier ist noch ein Huhn, noch ein Huhn. Ey, wer noch... Oh, 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 oh. Wer noch Tiere braucht. Wow. So, ich lass mich jetzt erstmal hier nieder. Ich baue jetzt mein... Mein Häuschen baue ich jetzt hier in den Berg. Uah. Im Wasser? Nee. Gut, dann werde ich mir hier neben dir... Ich baue mich hier rein. Mhm. Wo bist du? Da. Ja gut, dann haben wir ja genug Platz. Es wird nämlich auch jetzt wieder dunkel. Also... Wie baue ich mir ein Bett? Bei dir, du kannst dich ja hier gegenüber, wenn du willst. Gegenüber oder noch hier neben. Ähm... Also ich hab... Genau. Ich hab vier Wolle. Ein Bett baust du, indem du, äh... Auf... Auf einer Werkbank drei Bretter unten. Also die unterste Reihe mit Brettern. Und die Reihe da drüber mit Wolle. Drei Bretter, drei Wolle da. Okay. Ich hab eins. Warte mal. Ich würde dir gleich was geben. Das sind die Bälle. Das sind die Schriftenbälle. So. Platz hab ich nicht. Zwei. Ich hab 18 Wolle. Ja gut, da war die. Können wir ja immer noch brauchen nachher Wolle. Ich hab null Wolle. Gott. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.